Was ist das Original-Physioloog-System? Exakte Einstellungen an der Roadline und an der Floorline vorzunehmen, sodass die Schwierigkeit der einzelnen Übungen stufenlos variiert werden kann. Im weiteren Trainingprozess ergibt sich so die Möglichkeit der individuellen Intensitätsanpassung bei den einzelnen Übungen nach dem Prinzip der progressiven Belastungssteigerung. Die Funktionsweise des Physioloog-Systems ist unter anderem auf eine Veränderung der Trainingswinkel bei den unterschiedlichen Übungen zurückzuführen. Diese können auf zwei unterschiedliche Arten variiert werden. Einerseits durch Anpassung der Trainingsschlaufen in der Höhe anhand der Roadline, andererseits durch Veränderung des Abstandes zu den Trainingsschlaufen, welcher durch die Floorline festgelegt wird. Je höher die Trainingsschlaufen an der Roadline eingestellt werden und je näher der Trainierende an den Trainingsschlaufen steht, desto leichter ist die Ausführung. Werden die Trainingsschlaufen an der Roadline niedriger eingestellt und wer der Abstand des Trainierenden auf der Floorline erhöht, desto schwieriger wird die Ausführung. So gewährleistet die Kombination aus dem Physioloog-System-Trainer der Roadline und der Floorline für jede Trainingseinheit optimale Trainingsreise und die volle Konzentration auf das eigentliche Training. Im Physioloog-Trainingsplan können die Höheneinstellungen der Trainingsschlaufen, gemessen an der Höhe des Knoten, unter Abstand des Trainierenden, die Position der Fußspitzen, zum Physioloog-Sling-Trainer festgehalten werden. Dies bietet folgen Vorteile. Einerseits die Reproduzierbarkeit der Intensität bei der nächsten Trainingseinheit, die gezielte Anpassbarkeit der Trainingsintensität, eine Vereinfachung für Therapeut, Trainer und für den Kunden, exakte Trainingsdokumentation und somit ein größerer Trainingserfolg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017